Liebe Leute, im nachfolgenden Video wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe hier nochmal Content von Deadside aus meiner Platte zusammengeschnitten. Das ist auch dann die letzte Folge erstmal, bis neuer Content natürlich geupdatet wird von den Entwicklern. Und ich wünsche euch dementsprechend viel Spaß damit und lasst gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. So teuer sind die nicht, oder? Hey, außen. Soll ich mal rein? Komm. Schlangen, schnacken, hör auf. Ich mach mal auf da den Lachs. Kann man hier reingreifen? Oh, so. Oh. Warte, links direkt. Wir kümmern uns. Auf der Shotgun. Oh, der ist klar. Sicher, dass du es selbst gehört hast? Ja, definitiv. Ja, hier ist definitiv jemand. Wow! Okay. One-Shot. Kaiku, das ist Kayu. One-Shot, man. Den kriegst du nicht tot. Wir sind da. Und? Ja, pass auf, wir schießen, wenn wir noch ein bisschen unten. Unten, ja? Ah, ja, unten, unten, ja. Unten, ja, unten. Is that? Ja. Ich hab keine Muni mehr. Noch jemand? Er hat zwei Shotgun-Schüsse. Ich komm hoch, ich komm hoch. Noch einen. Noch einen. Oh, Alter. Nice, das war ja. Vier Schüsse. Bin da, ich bin da. Gibt's noch was? Bisschen, ne? Musst gucken, ja. Ich verbinde mich erstmal. Ich brauch unbedingt Muni. Kali, stehenbleiben. Komm mal runter. Ja, ja. Welche Waffe? AK. SU? Ja, nein. Bot Funk? Andere? Ja, die Mod. Alter, was ist denn hier für gemessen? Luzi? Hier, bei mir. Ja, was ist los? Oh. Hier, Funk. Was für Funk? Ich brauch Muni. Nein, nimm dich trotzdem. Ich hab das Funkgerät mit. Hat jemand eine AKSU oder sowas? Nee. Leider nicht. Okay, ich glaub, ich hab ein Stuff wieder. Good job. Und weg hier, ne? Ja. Direkt selbst. Alter, bin ich equipped. Oh, die Weste, ey. Die hatte ich noch nie. Die Weste ist Pornless. Ach, sie ist sehr stark. Das ist so eine Killerweste aus EFT. Ja, das ist die Polizeiweste. EFT steht da halt so Killer drauf. Oh mein Gott. Aber ganz schnell weg hier, ne? Also, ich würd sagen, das war, äh, nicht Porn, aber schon. Doch mal schon gelohnt, no? Schon wieder. Was ist denn los? Ja, der Server ist voll, Leute. Ich hab Bordgeräusche, aber. Nee, ich gar nicht. Ja, wo ist denn oben rechts bei dir? Äh, da, wo ich hingucke gerade. Ja, das seh ich leider nicht, weil ich deine Nase nicht sehe. Ja, soll ich jetzt sagen, äh, so komm, guck ich... Winkel mit Geodreieck ausrechnen, bitte. Ja. Ah, rechts unten. Rechts unten. Geiler, geiler Geodreieck. Ach so, am Auto? Das ist schon besser. Am Auto. Wo ist denn das Auto? Wo ist denn das Auto? Okay. Da, wo ich drauf zulauf. Da unten. Ja, irgendwo da unten, am Turm, ne? Da, wo ich hinahe, wo ich hinlaufe. Ich renne mal hin. Rechts vor mir. Ah. Wie, der war aber weiter hinten, ne? Ich bin tot. Hä? Was? Voll equipte. Es ist so kacke, das ist hier einfach kein... ...ichtige... Als ob der nicht tot ist, Mann. Wie kann der denn nicht sterben? Der hat ein ganzes Magazin gefressen. Ja, bei mir auch. Von hinten? Hinterm Auto noch. Direkt noch am Auto. Einer dead. Ja, er ist auch dead. Bei mir. Beide dead. Beide dead. Da ist noch einer. Ja, noch einer. Hab ihn. Hab ihn. Ist der... Oh mein Gott, Alter. Ich werd noch beschossen. Ich werd noch beschossen. Ja, unten. Ja, drüben vom Berg. Aber ich schmerzi spanisch. Es ist zu fast. Die müssen so dringend... ...was dagegen machen. Irgendwie Pings oder so. Ich hab einen Sturmrucksack. Ja, ich brauch... Ja, sorry. Ich brauch... Ich brauch... Ja, ich hab vier Leben. Ich geb dir Bandagen vielleicht, wenn ich hier habe. Warte, lass mich gucken. Okay. Ja, Jungs, gut gemacht. Ich hab grad nichts. Übrigens können wir den Loot aufteilen. Das wär ziemlich cool. Oh mein Gott, der hat den Schetten Rex Rucksack. Ja, ich auch. Deswegen, ich hau ab, Leute. Macht's gut, ihr Trottel. Ja, lass hier weggehen. Lass hier weggehen. Die kommt definitiv jetzt wieder. Luzi, komm mal her. Stopp dir schnell Bandagen. Ja, bitte, bitte. Schmeiß einfach hin. Den Lachs. Liegt nicht. Doch, liegt doch. Liegt nicht. Hä? Liegt bei mir nicht. Ach, ich hab doch nicht den fetten Rucksack. Ich hab den... ...den eins da drunter. Ich hab den ganz fetten. Ja, ich hab's für den. Oh, danke. Dann Bandagier dich. Oh mein Gott. Alter. Nice. Oh, das ging schnell jetzt. Ey. Ich hab nichts getroffen, Mann. Glaub ich. Ich hab ein Magazin in den Typen reingeballert, der links am Auto war. Einfach durch den Busch gesprayt, auf einmal, zack, doppelter Killfeel von mir. Nice. Ja, der war wahrscheinlich schon sehr low von uns beiden. Obwohl, ich hab schon getroffen, aber nicht viel, glaub ich. Die waren genauso überfordert wie wir, glaub ich. Weil ich war nicht im Scope drin. Irgendwie. Das Puschen war aber gut, dass wir von rechts gepusht sind. Ja, ja, das ist ein Schlapphaun, ey. Oh ja. Fuck. Schieß auf den Bot. Wow, Alter. Lauf mal raus. Ja, wahrscheinlich. Der Bot ist ja mega krank. Ja, rechts bei dir. Hab ihn. Hab ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass ich ihn getötet hab. Ey, die Bot haben teilweise ein Aiming, ne? Hab noch einen getötet. Sehr schön. Ja, das ist der, Alter. Hab noch einen getötet. No. Alter. Noll, Maeve, Alter. What the heck. Ja, moin. Maschine. Wie waren das jetzt? Drei oder vier? Drei. Drei. Ja, dann hab ich alle drei getötet. Alter, Maeve. Jo, Maschine. Darf ich looten, Kappa? Nein. Hab ich auch ein bisschen was abbekommen, wie ich so. Tower, die Tür auf. Mann, hier ist ein Stein. Oder spinn ich? Okay, der ist hier. Unten irgendwo, ne? Tower, Tür auf, hab ich nicht gesehen. Am Auto, wie, da am Auto? Echt? Am, am Truck. Also, am, ne? Jeep da wieder. Ah, wieder da unten. Die, die looten gerade. Oh, die hab ich, glaub ich, gesehen. Die hab ich, glaub ich, gesehen. Achtung. Nee, nee, das hätt ich gesehen. Ja, im Busch. Ich hol ihn. Wo, welcher Busch? Ja, gut Job. Schön. Alter, du, ist ja mach. Der ist doch gar auch was an der Weichelung. Oh, hier ist noch ne... Ah, okay, so. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Wo? Truck. Von wo? Truck, von Richtung Truck unten. Okay. Ähm, an, an, an dem Strommast da unten. Ach, da, ja. Er hat aber jetzt wieder runter. Ja, weil er wahrscheinlich gesehen hat, dass wir alle aimen. Ja, willst du den Stafford zurück, ne? So, kann noch jemand jemand irgendwas tragen? Äh, ich brauche einen Rucksack. Hier ist ein Rucksack, geh unten bei mir. Ah. Und eine Waffe. Ja, nachdem wir dann alle zuerstet haben in diesem Militärgebiet, sind wir dann zurückgegangen, haben ein bisschen Sachen verkauft und einige Mates haben sich dann ausgelockt. Sven und ich allerdings sind dann weitergezogen und haben noch eine schwere Mission absolviert beziehungsweise begonnen und wie das ablief, erfahrt ihr natürlich jetzt. Habe einen. Wir rennen da runter, ne? Ich stehe aus. Puschen die? Weiß nicht. Mach keinen Scheiß. Mach mal den Mager kurz weg. Oh, Alter. What the fuck hat sich ein Gewerker gerade? Weiß ich nicht, von rechts irgendwo. Ein Leben noch, 14 Leben noch. Puscht einer um die scheiß Halle rum. Bei mir? Oh, neben mir. Die Bots sind ja krank, Alter. Is that? Oh, wie ist denn aus der Datenbank geraggt? Bis erst, oh, ey, wir sind umzingelt. Ich glaube, ich habe einen. Was pushen die denn so aggressiv? Weiß ich nicht, wenn alle Bots dead sind. Da kommt einer reingepusht, ich weiß nicht, ob das ein Bot oder ein Player ist. Weiß ich auch nicht. Wo kommt einer reingepusht? Ja. Das sind Spieler, das sind Spieler, ne? Wo schießt denn der eine? Ich habe einen. Einer schießt aus der Halle raus, ich sehe den nicht. Siehst du ihn? Oh mein Gott, da ist ein Bot. Rechts kommt nochmal einer, Sven. Ja. Neben dir, neben dir. Is that? Good job. Da kommt noch einer neben dir. Is that, is that, is that. Good job. Oh, da rechts sind auch welche. Alter, what the fuck. What the fuck, wie viele sind das denn? Und wann ist die Mission zu Ende? Alle Bots. Ja, es sind so viele. Okay, ganz rechts im Walken noch einer. Ja. Ist der Natan da drin? Wir dürfen uns gegenseitig nicht treffen, ne? Is that dead? Ich renne. Ich sehe schon. SVD. Oh mein Gott, ja. Aber von wo? Da, links ist einer noch. Das war eine Mosin. Warte, ach du, der Apliner. Ja, der war das, glaube ich. Nice. Also, viele können es ja nicht mehr sein, oder? Eigentlich nicht. Wir haben echt viele gerackt. Würde die alle gerne looten, ne? Aber irgendwie... Gerade schlecht. Noch eine Axt. Achtung, Achtung, Achtung. Ich kann die... Oh! Fett? Ja. Oh Gott. Lebst du noch? Ja. Hey, mach die Kusche da nicht zu. Was? Musst du relauten? Oh, danke, 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 danke. Wir haben es... Ein bisschen completed. Und jetzt? Wo ist die Base? Wo ist die Dinge? Was willst du? Kommt jetzt ne... ne Kiste eigentlich irgendwo. Hier drin, oder was? Ja, hier, hier, hier. Warte, lass mich auch gucken, bevor du mit bist. Bitte, bitte, lass mich auch gucken. Ja, ja, ich... Ich hab nix an. Bevor du geierst. Wo ist denn die Kiste? Hey, nice. Oh, lol, Alter. Die Granate, die nehm ich mal. Oh, Baby. Police-Feste, die ist mega viel wert. Money. Ja, lass mir auch was übrig. Ja, klar. Ich bin die glänzigeier hier drin schon wieder. Hat sich das jetzt gelohnt, meinst du? Ah, ich weiß. Ich meine, du hast unser ganzes Leben riskiert, ne? Ja. Oder das bunt nur eine Kiste, oder was? Ja. Na gut. Hm. Boah, krass. Für ne schwere Mission war das jetzt echt ein bisschen crap, ne? Und ne Mosi mit... Hat hier nicht eine SVD gehabt? Wenigstens? Hätte ich eigentlich gedacht, weil vom Sound her, aber... Ja, vielleicht hier die paar noch, warte. Warte, ne S85. Das kann doch nicht sein, dass sie nur so einen Scheiß dabei haben. Ich bin ein bisschen verarscht vor, ne? Oh, oh, Schottie. Und das war's mit dem Video für heute. Ein bisschen kürzer war halt noch der Rest-Content, was ich auf der Platte hatte, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Und wir warten dementsprechend jetzt, bis neuer Content für Deadside kommt und sind natürlich wieder aktiv im Spiel dabei. Und ich hoffe, dass ihr noch einen kleinen Einblick in die Missionen kriegen konntet hier. Und ja, wir lesen uns in den Kommentaren und ich bedanke mich schon mal fürs Abonnieren und fürs Liken. Leute, vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Video oder im nächsten Livestream oder auf dem Zweit-Channel. So, haut rein, Leute. Tschö.